Fehlende Fachkräfte sind in den Augen von Bundeskanzler Scholz eines der größten Probleme, vor denen die deutsche Wirtschaft steht. Es sei in den kommenden 10, 20 und vielleicht 30 Jahren eine Hauptaufgabe, alle Möglichkeiten zu nutzen, damit jeder junge Mensch eine gute Berufsausbildung erhalte. Das sagte Scholz gestern Abend bei einer Bürgertour in Thüringen. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft können mehr als 500.000 Stellen regelmäßig nicht besetzt werden, vor allem in sozialen und handwerklichen Berufen. Seit einem Jahr fährt Marcel Becher Straßenbahnen durch Leipzig. Der gelernte Schlosser aus Tschechien ist ein Quereinsteiger. Er spricht Deutsch und hat schnell in Leipzig Arbeit gefunden. Fachkräfte wie ihn suchen die Leipziger Verkehrsbetriebe dringend, aber zu wenige bewerben sich auf offene Stellen. Und das trotz zahlreicher Zusatzangebote, wie Kita-Plätze oder Sportförderung. Die LVB zum Beispiel suchen 160 Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr. Wir sind ungefähr bei der Hälfte und haben noch nicht im Ansatz das erreicht, was wir uns auch vorgenommen haben, um die Altersabgänge auch auszugleichen. Das macht sich auch im Fahrplan bemerkbar. Derzeit fallen 10 Prozent der Busse und Bahnen aus. Auch die S-Bahn ist betroffen. Eine Linie fuhr im Monat Juli fast gar nicht. Es fehlen Fahrer, aber auch Mechatroniker für die Wartung in der Werkstatt. Ein Problem, das viele Branchen in Deutschland betrifft. Gezielte Zuwanderung von Fachkräften sei nur ein Teil der Lösung, sagen Experten. Wir können versuchen, die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zu erhöhen zum Beispiel. Das ist ein großer Effekt. Wir können auch die Beteiligung von Älteren am Arbeitsmarkt erhöhen. Aber insgesamt wird trotzdem der Arbeitsmarkt schrumpfen, die Anzahl der Arbeitskräfte schrumpfen. Und das wird mittelfristig zu Problemen führen. Und das heißt auch zu einem gewissen Wettbewerb, weil es natürlich auch so ist, dass nicht nur Deutschland dieses Problem hat. Fast alle europäischen Länder sind davon betroffen. Da sind Zuwanderer wie Marcel Becher stark umworben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.